Moin und herzlich willkommen auf dem Mewtwo Channel der K.O.N.X.T. Ich habe heute ein Video mitgebracht, das so das Wichtigste bisher ist. Es geht nämlich um die besten verfügbaren Wrestler zur neuen Saison. Ihr erfahrt in diesem Video, welche Wrestler als Erstwrestler verfügbar sind und das stellt natürlich eine super Möglichkeit dar, sich für die Liga anzumelden. Weil wenn ihr euch anmeldet für die neue Saison, geht es vor allem darum, dass ihr eine Liste abgibt von 1 bis 5 oder 1 bis 10, das variiert manchmal, wo ihr aufschreibt, welchen Wrestler ihr gerne spielen würdet zur neuen Saison. Die meisten guten Superstars sind ohnehin schon vergeben. Das heißt, ihr müsst euch wirklich Gedanken machen, wen ihr spielen wollt, der jetzt nicht Roman Reigns, Randy Orton oder CM Punk heißt, weil die sind allesamt vergeben und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Deswegen gibt es heute eine Liste mit den besten Erstwrestlern, die verfügbar sind zur neuen Saison. Und diese könntet ihr theoretisch auf eure Liste auf die 1 packen und die Chance, dass ihr diese bekommen würdet, ist relativ hoch. Bevor wir aber jetzt anfangen mit der 10, möchte ich noch ein paar Wrestler nennen, die es nicht in die Liste geschafft haben, die aber mindestens genauso gut sein könnten. Und wir fangen an mit LA Knight. Zack Ryder, Kota Ibushi, Ric Flair, Hiroshi Tanahashi, Jay White und Badness Barrett. Das waren jetzt alles Wrestler, die schon ein bisschen unter dem Radar sind, aber die absolut gut sein können, wenn man sie wirklich nutzt. Viele Wrestler entfalten nämlich erst ihr Potenzial, wenn sie Erstwrestler werden und das sind absolut welche, die genau unter diesem Stern stehen würden. Und jetzt kommen wir mal zu Nummer 10. Die Nummer 10 ist Kevin Owens. Kevin Owens ist ein sensationell guter Wrestler. Er hat in der Liga schon Erfolge erringen können, wurde aber bis jetzt nie so gut gespielt, wie man es sich wünschen würde. Er war immer nur kurzzeitig bei Leuten, die was mit ihm gemacht haben und genau deswegen ist quasi sein Potenzial ganz klar ersichtlich. Er hat einfach das Zeug dazu, immer Main-Eventer zu sein. Er ist wie in echt einfach eine große Nummer und sein Moveset und seine Möglichkeiten Storylines zu schreiben sind nahezu unbegrenzt. Und deswegen sehe ich in ihm eigentlich einen kommenden Main-Eventer und er sollte auf jeden Fall als Erstwrestler gespielt werden, weil anders geht es nicht. Dieser Charakter, der ist sensationell. Ich habe zu jedem Wrestler auch eine kleine Einschätzung von mir mitgebracht, wo es um die Möglichkeit geht, Storylines zu schreiben. Ich bewerte quasi in Schulnoten von 1 bis 6 danach, wie einfach oder cool oder wie möglich es ist, mit den Leuten Storylines zu schreiben. Und dasselbe mache ich auch zu der Spielstärke, also wie stark dieser Charakter in der Liga quasi ist. Und mit Kevin Owens fangen wir mal an und ich habe dir meine Spielstärke von 3 gegeben. Also das ist so, ist halt einfach Medium, ist noch in Ordnung, ist gut. Weil er halt, sein Moveset ist sehr ausgewogen. Es ist, die Finisher sind in Ordnung, aber wenn du gegen gute Leute in der Liga kämpfst, hast du es mit dem nicht einfach zu gewinnen. Und deswegen eben nur eine 3. Was absolut ausreichend ist und was eigentlich für den Anfang erstmal ausgewendet werden sollte, wenn man mit einem Wrestler anfängt. Ich mache das nur als Orientierung, damit ihr ungefähr wisst, worauf ihr euch einlassen würdet, wenn ihr Kevin Owens als Wrestler spielen würdet. Ich habe, wie gesagt, auch seine Storyline-Möglichkeit bewertet und da hat er ganz klar eine 2. Also auf dem Schulzeugnis eine 2, wenn es darum geht, Storylines mit ihm zu verfassen. Kevin Owens hat unfassbar viel Material, hat unfassbar viele Fädengegner in echt gehabt, hat einen Indie-Background. Also du hast auch nicht nur die WWE-Superstars, die mit ihm gefädert haben, sondern du kannst auch auf seine ROH-Zeiten zurückblicken und hast da noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und deswegen ist Kevin Owens auf jeden Fall zurecht auf der 10. Und wenn Kevin Owens auf der 10 ist, dann müsst ihr euch mal vorstellen, wer jetzt noch kommt. Also da kommen noch ein paar gute Namen, aber mit Platz 10 ist Kevin Owens auf jeden Fall gut dabei. Und wie gesagt, Spielstärke 3 und Storyline-Möglichkeit 2, das ist schon wirklich gut. Also es gibt halt wenige, die da mitkommen, vor allem wenn es um einen CAW geht. Aber er ist ein Ingame, der wirklich außerordentlich gut ist. Vor allem die Spielstärke ist ja nicht alles. Also wenn du jetzt dich wirklich an der Spielstärke orientieren möchtest, dann reicht es nicht auf diese Liste zu hören, weil ich gehe ja von dem Fall aus, dass du gegen einen Gegner kämpfst, der gleich gut ist wie du. Das heißt, Kevin Owens mit einer Spielstärke 3 spielt dann gegen einen gleich guten mit einer höheren Spielstärke und das ist dann erst entscheidend. Wenn Kevin Owens von einem Spieler gespielt wird, der natürlich sensationell gut ist, dann ist die Spielstärke, die ich hier im Video angebe, nichts wert, weil er trotzdem rasieren kann. Also das ist nur einfach nur eine Orientierung und wir machen jetzt auch einfach weiter mit dem Platz 9. Und die Platz 9 ist von niemand geringeren Besitzer als von Shinsuke Nakamura. Nakamura ist natürlich auch wieder ein richtig cooler Charakter, der in der Liga nur zu anfangen wirklich gut gespielt wurde und mit Storylines gefüttert wurde. Und wenn ich die Chance hätte, als Neuling in die Liga zu kommen, würde ich mich wahrscheinlich auch als erstes an ihm orientieren, weil er einfach cool ist. Shinsuke Nakamura hat so viele verschiedene Gimmicks in der WWE gehabt, dass er einfach, du kannst mit dem sehr viel machen. Du bist da nicht so krass limitiert. Die einzige Limitierung, die du hast, ist, dass er natürlich vor allem als Charakter gespielt wurde, der kein fließendes Englisch kann und eben sehr viel auf Japanisch spricht. Das ist so ein bisschen die Limitierung, die sich einige Leute gegeben haben, aber du kannst mit ihm auch fließend Englisch sprechen. Also das ist ja kein Problem. Also in der Liga dann eben Deutsch, das ist es nur als Vergleich. Ich habe ihm eine Spielstärke gegeben von einer Eins, weil es gibt so viele verschiedene Varianten von seinem Finisher im Spiel, dass er eigentlich durch die Vielfalt allein schon eine Eins haben müsste, weil er viel ändern kann. Als Info dazu, man kann in der Liga seinen Finisher ändern, man kann den beantragen und wenn er den in echt gezeigt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass man den bekommen würde, solange der nicht 20 Jahre her ist. Und deswegen eben Spielstärke Eins, sein Moveset ist in Ordnung, seine Special Moves sind außerordentlich gut und das, also er ist glaube ich so in der Liste jetzt glaube ich so der Wrestler, der mit am besten zu spielen ist. Was seine Storyline-Möglichkeiten angeht, habe ich ja gesagt, dadurch, dass er sich selber die Limitierung manchmal gibt, dass er kein fließendes Englisch kann, also in unserem Fall dann Deutsch, würde ich ihm nur eine 3 geben. Das ist immer noch mehr als genug und er hat auch genug Material. Man muss nur Lust auf ihn haben und dann ist diese 3 auch mal ganz schnell eine Eins. Aber so als erste Orientierung würde ich eine 3 geben. Und damit können wir ihn ja nicht abschließen, weil ich weiß nicht, jeder kennt ihn, jeder mag ihn, was gibt es da noch zu zu sagen. Er ist auf jeden Fall ein Wrestler, der auch sehr gut zu spielen ist und zu Recht auf Platz 9. Der nächste Wrestler, den ich jetzt hier auf Platz 8 habe, ist ein absoluter Goat in der WWE. Es ist The Miz. The Miz ist, was Storylines angeht, glaube ich, so mit Unangefochten, weil er kann auf 15 Jahre Wrestling zurückblicken und hat in der Zeit so viele unterschiedliche Gimmicks gehabt oder Tag Team Partner oder Fäden Gegner, die ihm einen neuen Charakter verleiht haben, dass er, was Fäden angeht, einfach sensationell ist. Also Fäden und Storylines. Er ist wirklich Unangefochten, aber hat es leider nur Platz 8 geschafft, weil ich persönlich finde, dass die Nächsten noch ein Stückchen cooler sind. Ja, und was soll man zu ihm sagen? Also The Miz hat ungeahntes Potenzial. Er wurde in der Liga eigentlich immer genommen, wenn er frei war, aber seit einigen Jahren ist er nicht mehr das, was er vielleicht mal sein könnte, weil er nicht mehr aktiv ist. The Miz ist ein Charakter, den braucht jede Liga quasi schon von seinen Fähigkeiten, weil er hat zum Beispiel auch eine Show, die man machen kann. Und das ist einfach ein riesen Pluspunkt. The Miz ist ein Vollzeitcharakter. Der hat so viele Möglichkeiten, dass du da ewig viele Stunden reinstecken kannst in die Charakterentwicklung bei ihm. Und deswegen hat er auch eine Storyline-Stärke von mir bei einer 1. Seine Storyline-Stärke mit einer 1, das ist mehr als gerechtfertigt und es ist quasi egal, ob du erfahren bist als Story-Schreiber oder nicht. The Miz gibt dir die Möglichkeit, das schnell zu lernen, weil er einfach so vielfältig einsetzbar ist. Was die Spielstärke angeht, da war ich ein bisschen am Hadern, weil ich finde, dass sein Moveset eigentlich echt in Ordnung ist, weil er sehr viele Moves von anderen Leuten adaptiert hat, was cool ist, was sein Moveset nochmal aufwertet. Aber ich bin jetzt bei seiner Spielstärke eher bei einer 2- bis zu einer 3. Also eher Richtung 2, aber zwischen 2 und 3 würde ich in einen pendeln, so 2-mäßig dann. Weil seine Finisher sind in Ordnung, aber wenn du jetzt wirklich gegen Leute antrittst, die wirklich vom Gameplay-mäßigen gut sind, dann ist The Miz kein einfacher Charakter mehr. Seine Stärken sind ganz klar Storylines, aber das ingame-mäßige Kämpfen, das ist bei ihm fast schon Nebensache. Also er ist immer noch gut genug, um mit ihm viel zu erreichen und du kämpfst ja nicht immer nur gegen Leute, die besser sind. Du kämpfst ja auch gegen alle, so theoretisch. Du pendelst dich ja in einem Match-Cut ein und hast dann häufig auch Leute als Gegner, die eben gleich gut sind. Wenn man dann eine Spielstärke von 2 oder 3 hat, ist es definitiv möglich, mit dem auch sehr viel zu erreichen. Man muss halt nur ein bisschen frustrationsresistent sein, weil ich glaube, dieser Charakter kann auch mal frustrierend sein. Aber wie gesagt, er hat ja auch verschiedene Finisher, die er nehmen kann. Es ist ja nicht so, als wäre das Girl-Crushing-Finale sein einziger Finisher der Spielwehr wäre und deswegen denke ich schon, dass The Miz richtig Spaß machen kann. Man muss sich halt nur dafür interessieren, diesen Charakter auch lieben. Der nächste, der jetzt kommt, ist tatsächlich gar nicht mehr im Spiel selber drinnen. Aber das ist für die Liga eigentlich vollkommen egal, weil in der Liga kannst du nicht nur Wrestler nehmen, die auch momentan bei der WWE sind oder in dem Fall im Spiel auch sind, sondern du kannst bei uns auch CRW spielen, wie zum Beispiel CM Punk oder so. Das sind Leute, die sind schon teilweise auch länger nicht mehr bei der WWE, aber in der Liga sind sie weiterhin spielbar. Die bekommen von uns ein Rating und du musst das Moveset eben so darstellen, wie er es halt auch damals hatte. Das heißt, du kannst hier im Punk ohne den GTS als Finisher spielen. Und unser Platz 7 ist auch jetzt schon, ich glaube, seit etwas mehr als einem Jahr, nicht mehr in der WWE und das ist Samoa Joe. Samoa Joe ist ein wahnsinnig cooler Charakter, der ein richtiges Badass-Gimmick haben kann und der von seinen Möglichkeiten auch nicht schlecht ist. Er hatte ja große Fäden gegen AJ Styles zum Beispiel oder Brock Lesnar in echt. und das ist ein cooler Charakter. Das ist auch ein Charakter, wo ich sagen würde, das ist ein sehr guter Charakter, um in der Liga anzufangen, weil er halt einfach sehr variabel ist und schon mit seinem Spielen, also mit seinem, wenn er wrestelt, schon sehr viel aussagt. Es ist kein Charakter, der in Storylines gebunden ist, weil er mehr der Hautrauf-Typ ist. Deswegen ist seine Storyline-Fähigkeit oder seine Storyline-Möglichkeit habe ich mit einer 3 bewertet, weil er kann es definitiv, er hat genügend Material, auch er kann ja auf einen Indie-Background zurückgreifen, aber ich würde sagen, dass das ein Charakter ist, der weniger durch seine Storylines besticht. Also, was heißt weniger durch seine Storylines besticht? Er ist schon cool und Storylines sind wichtig bei ihm, aber er ist jetzt nicht derjenige, der große Reden schwingt zum Beispiel. Es ist kein The Mist zum Beispiel, absolut nicht. Er ist mehr so, komm her und kämpf, der ist sehr typ, wenn ihr versteht, was ich meine. Seine Spielstärke habe ich genauso bewertet wie seine Storyline-Möglichkeit, nämlich auch mit einer 3. Der Muscle Buster und hier seine Submission, ich habe hier der Kokina-Klatsch und der Muscle Buster sind halt echt gute Finisher. Also, ich finde, die sind in Ordnung. Die sind jetzt nicht so krass und deswegen hat er auch nur eine 3 bekommen, aber das sind auf jeden Fall Finisher, die für den Anfang auf jeden Fall in Ordnung sind. Und er ist einfach cool. Er hat tatsächlich seine Original-Moves ins Spiel bekommen, auch seinen OMG mit dem Powerbomb into Boston Grab. das ist cool und wenn er das wirklich behalten kann im nächsten Spiel, wenn diese Moves noch da sind, dann ist Simojo auch ein einzigartiger Charakter, der cool ist. Das ist auf jeden Fall jetzt der Platz 7 und ich denke, er ist auch zu Recht dort. Auch wenn er von der Spielstärke und Storyline-Stärke vielleicht ein bisschen schwächer ist als die von davor. Der Nächste hat es auch zu Recht in die Liste geschafft und er ist ja mal der Inbegriff vom Unter-dem-Radar-Sein. Letztes Jahr in der Liga hat den keiner gespielt und das lief so weit, dass tatsächlich ein etabliertes Mitglied ihn einfach spielen konnte, ohne dass er auch nur in Gefahr gerät, dass der wegkommt. Und es ist Gunther oder Walter, je nachdem, wie man es sehen will. Du kannst ja auch den Namen theoretisch aneinander legen. Walter ist natürlich jemand, der extrem cool ist. Der hat das Imperium gegründet und er konnte damals Pete Dunham seine UK-Championship entthronen und er hat auch schon eine Menge Storyline-Material. Hat natürlich auch ein bisschen so, wenn man ihn spielt, macht man auch vielleicht, weil er Deutsch spricht. So ist das natürlich auch richtig cool. Und ja, was seine Storyline-Möglichkeit angeht, ist er auf jeden Fall auch nicht so krass beschränkt. Er hat natürlich weitaus weniger als ein The Miss oder Kevin Owens, aber es ist in Ordnung. Und deswegen habe ich seine Storyline-Stärke auf einer 3 gemessen. Ich finde, eine 3 ist in Ordnung für ihn. Und dadurch, dass er ja in echt immer mehr bekommt, anstatt weniger, so wie es zum Beispiel bei Samoa Joe ist, Samoa Joe wird ja nicht mehr bekommen. Aber Walter oder Gunther wird ja definitiv noch viel, viel, viel mehr bekommen. Ich meine, sein Push beim Royal Rumble zuletzt, das war auch schon Wahnsinn. Er ist Champion und du hast mit ihm so viel Material neu dazu bekommen, dass er einfach extrem gut zu spielen ist. Und er, ich würde sagen, dass er auch was für Anfänger ist, aber seine spielerischen Schwerpunkte sind dann doch ein bisschen, ein bisschen, dass er schwer zu spielen ist. Ich würde sagen, dass Gunther nicht einfach zu spielen ist. seine Powerbomb zum Beispiel, die ist halt so Semi, die ist nicht so einfach durchzubekommen und deswegen ist seine Spielstärke bei mir auch auf einer 3. Er kann verschiedene Finisher wechseln, er hat damals sehr viele andere Finisher auch gezeigt, aber seine Spielstärke habe ich bei einer 3 belassen, weil ich denke, das fasst ihn gut zusammen. Das ist in Ordnung und er ist ein cooler Charakter, der einfach zu Recht ungefähr in der Mitte dieser Liste ist, weil ich finde, es gibt noch weit auch stärkere als ihn, aber man sollte ihn auf jeden Fall nicht unterschätzen, er ist schon ein sehr cooler Charakter und damit auch zu Recht auf Platz 6. Der nächste auf der Liste ist eigentlich einer meiner Favoriten, ich habe ihn auch selber schon gespielt und ich glaube, wenn ich ihn länger gespielt hätte, hätte der auch ein bisschen was erreichen können und das ist Rey Mysterio. Rey Mysterio ist halt quasi ein OG, ein Original, er ist eine lebende Legende, die immer noch wrestelt und ihn zu spielen, das macht Spaß. Er ist glaube ich der einzige Highflyer hier auf dieser Liste, der wirklich auch den mexikanischen Wrestling-Stil hier ein bisschen reinbringt und das ist cool. Das Einzige, was mich dazu führen würde, ihn nicht mehr zu spielen, ist, dass sein Tiger Feind Kick nicht mehr Endgame ist. Also es gab ja den Tiger Feind Kick, der hieß auch genauso und mittlerweile hat er ja seinen richtigen 619 ins Spiel bekommen und der macht ihn halt unnötig schwach, zumal der ja bei ihm sogar Signature ist. Also das ist nicht mal sein Finish, das ist einfach sein Signature-Move. Das könnte man in der Liga natürlich ändern, du besitzt in der Liga die Möglichkeit deine Special-Move zu ändern, das wird genauso beantragt und wenn man das mit Ray Mysterio macht, wird er auch definitiv besser, wenn zum Beispiel der 619 und der Frogsblast sein Finisher ist, dann spielt er sich nochmal ein bisschen anders. Aber seine Spielstärke ist halt aufgrund, dass er eher schwächer gemacht wurde, halt echt bei einer 4. Ich finde Ray Mysterio ist nicht mehr so stark wie er noch vor einigen Jahren war. Er hat nachgelassen oder sagen wir anders, das Entwicklerteam hat einfach Fehler gemacht bei was ihm angeht. Der normale 619, der ist einfach absolut unspielbar quasi fast schon und du musst wirklich diesen Charakter lieben um Spaß mit ihm zu haben. Es ist nach wie vor möglich mit dem wirklich klar zu kommen, aber du musst halt wirklich seine Finisher ändern, damit er wieder Sinn ergibt auch zu spielen. Seine Storyline-Stärke ist dadurch, dass er ja auch schon seit Jahren bei der WWE ist oder war, er ist jetzt schon nochmal weggegangen, bei einer 2. Mit 2 fasst ihn sehr gut zusammen. Er hat so viele Fädengegner gehabt und in der alten Zeit oder jetzt zum modernen WWE er hat auf jeden Fall genügend Background und das sollte ihn auf jeden Fall mit einer 2 ganz gut dastehen lassen und er ist damit auch genau in der Mitte dieser Liste. Ich finde, er ist immer noch ein bisschen cooler als Gunther. Die beiden nehmen sich nämlich nicht viel, was Finisher angeht und ich finde der Rey Mysterio noch ein deutliches Stück cooler als Gunther, weil er einfach auch ein maskierter Wrestler ist, der richtig cool sein kann. Du kannst Fäden zum Beispiel machen, wo es um die Entmaskierung geht von ihm und das ist cool. Und damit ist er wie gesagt zurecht auf Platz 5 und wir machen weiter mit Platz 4. Und auf Platz 4 erwartet uns eigentlich jemand, der ein bisschen auch unter dem Radar sein kann. Er wird nämlich seit ein paar Jahren auch nicht mehr als Erstwrestler gespielt und man merkt, dass er fehlt, finde ich, ein bisschen und das ist Finn Balor. Finn Balor hat so einen coolen Charakter. Wenn man jetzt auf seine ganze Geschichte zurückblickt, dann hast du einfach so viele Gimmicks. Du hast seine Anfangszeit im Wrestling und bis hin zum Demon, der dann erwacht ist. Gerade der Demon-Charakter ist ja das, also wie ich finde, das coolste, was er hat, weil das einfach so mystisch so ein bisschen ist. Er erinnert mich, was das angeht, ein bisschen an Ray Wyatt oder Malika Black. Das vereint diese drei ein bisschen und dadurch hast du natürlich auch sauviele Möglichkeiten, Storylines zu schreiben. Seine Storyline-Stärke habe ich bei einer 2 belassen, weil er hat in der WWE schon jetzt durch die einigen Jahre echt viele Feten-Gegner gehabt und hat natürlich auch einen Indie-Background mit New Japan Pro Wrestling zum Beispiel und er ist halt cool. Seine Spielstärke ist ein bisschen geringer, ich habe die bei einer 3 gesehen, weil seine Moveset ist natürlich der Wahnsinn, also gerade der Pele-Kick ist ja einer der stärksten Moves überhaupt, aber das ist eben kein Special Move bei ihm. Der Coup de Gras und der 1916 das sind coole Moves, aber die sind auch nicht so einfach durchzubekommen und deswegen habe ich ihn beinahe 3 und ja, das rechtfertigt schon ein bisschen seinen Charakter. Er ist jemand, den Spielstor hauptsächlich wegen dem Charakter, weil er cool ist, weil Fäden sein Schwerpunkt sind, weil er gegen so viele Leute in echt schon gefehlt hat und das nicht immer unterhaltsam war und deswegen würde ich sagen, Finn Börler zurecht auf Platz 4 und wir machen weiter mit dem Nächsten auf Platz 3. Und auf Platz 3 haben wir jemanden, der wieder eine Storyline-Stärke von 1 hat und diesmal sogar tatsächlich eine hohe Spielstärke hat, denn wir reden von Chris Jericho. Chris Jericho hat in den letzten Jahren für so viel Aufmerksamkeit gesorgt und hat sich ein neues Gimmick gegeben und das ist so einer der coolsten Charaktere überhaupt. Dadurch, dass er halt seit Jahrzehnten bei der WWE war, hat er natürlich auch wieder Storyline-Material ohne Ende und er besitzt auch die Möglichkeit im Tag Team gut auszusehen oder eben auch in Stables und deswegen ist seine Storyline-Stärke direkt bei einer 1. Also Chris Jericho ist jemand, also wenn du eine coole Storyline haben willst, dann machst du mit Chris Jericho ja gar nichts falsch, er ist, er bietet sich ja quasi an und deswegen ist seine Storyline-Stärke wie gesagt ohne Maß und wenn man die Chance Chris Jericho zu spielen sollte man das tun weil er ist ein ein All-in-One-Paket er kann alles du kannst alles mit ihm machen alles fühlt sich mit dem gut an und deswegen wie gesagt nimmt ihn unbedingt also wenn ihr die Chance habt dann Chris Jericho zu bekommen dann go for it dann macht es seine Spielstärke ist genau wie seine Storyline-Stärke auch bei einer 1 allein durch AEW hat er den Judas-Effekt bekommen und der Judas-Effekt ist ja mal sowas von ein krasser Finisher und dazu kommen halt auch noch wie gesagt die Walls of Jericho oder Codebreaker oder ja also das sind so Finisher mit dem kannst du wirklich sehr gut arbeiten und das macht diesen Charakter halt wirklich auch beliebt Chris Jericho war schon immer vergeben und ihn zu bekommen ist wirklich ein hohes Privileg weil es gibt kaum einen Wrestler der so beliebt ist wenn ihr also die Chance bekommen wollt ihn zu bekommen dann packt ihn bei euch auf die 1 und habt Spaß mit dem ich möchte euch aber auch eine kleine Info dazu geben das gehört nochmal dazu in der Liga werden die Wrestler nicht einfach in dem Fall vergeben der erste Mal zuerst sondern bei uns wir gucken dann darauf okay es gibt jetzt bei einem Charakter sieben Bewerber dann gucken wir drauf wer von denen würde eigentlich das meiste mit dem Charakter machen bei wem gehen wir davon aus wenn du zum Beispiel in der Liga schon vorher warst hast du natürlich leider einen kleinen Vorteil weil man dich schon einschätzen kann als ein Neuling aber das solltet ihr nicht davon abhalten und eine Chance zu haben auf diesem Wrestler also Chris Jericho ist durchaus möglich für Neulinge und wenn ihr Lust habt diesen Charakter zu spielen dann nehmt ihn auf die 1 Chris Jericho mit dem machst du gar nichts falsch er ist so mit der einfachste Charakter um mit dem gut klar zu kommen und mit dem Erfolge zu erringen deswegen macht es und wir machen jetzt weiter mit Platz 2 und auf Platz 2 erwartet uns der nächste CRW der auch nicht immer bei der WWE ist aber auch schon ich weiß nicht 15 Jahre oder so bei der WWE war vielleicht nicht ganz und das ist Daniel Bryan Daniel Bryan ist natürlich was im Vergleich mit Chris Jericho angeht schon relativ ähnlich beide haben einen riesen Impact gehabt und gerade Daniel Bryan hat ja auch nochmal ein deutlich cooleres Gimmick gehabt würde ich so sagen und er ist was seine Storyline stärker angeht natürlich auch bei einer 1 da muss man ja nichts vormachen Daniel Bryan ist ja genau wie Chris Jericho so lange dabei gewesen und dadurch hat er natürlich einige Fäden miterlebt und ist nicht eingeschränkt wenn es darum geht coole Fäden aufzubauen seine Spielstärke da war ich bisschen am hadern er ist nicht so gut wie Jericho aber er ist auch gut er hat auch viele Möglichkeiten in seinem Moveset in der CAWs vor allem haben ja auch die Möglichkeit dass du da ja frei entscheiden kannst welche Moves du von ihm reinmachst die er in seiner Karriere gezeigt hat solange diese eben realistisch sind und Daniel Bryan hat schon einige Finisher Kombination die möglich sind und deswegen ist seine Spielstärke bei einer 2 die Spielstärke von 2 finde ich ist gerechtfertigt und er ist auch ein extrem beliebter Charakter er war eigentlich auch immer vergeben aber er seit ich glaube jetzt anderthalb Jahren oder sowas nicht mehr oder sogar länger nicht mehr als Erstwrestler vergeben und man sollte die Chance ergreifen wenn so ein Wrestler sich anbietet wenn ihr am Anfang der Saison dabei seid und ihr eure Liste noch einreichen könnt und nicht alles schon vergeben und gesagt ist dann wählt euch wirklich einen Wrestler aus der zu euch passt und Daniel Bryan ist ein Charakter der passt zu vielen Leuten weil er eben sowohl als Ziel als auch Face gut aussieht auch er kann ins Tag Team gehen was mit Stables angeht gut da muss man gucken aber jeder spielt seinen Charakter so wie er möchte und deswegen Daniel Bryan zurecht auf Platz 2 und jetzt kommen wir zum Platz 1 und auf Platz 1 haben wir einen Charakter der extrem beliebt ist er ist sowohl in echt als auch in der Liga extrem beliebt und ist auch immer vergeben und das ist jetzt glaube ich das erste Jahr wo man wirklich die Chance hat ihn als Erstwrestler zu bekommen wenn man am Anfang dabei ist und das ist der Undertaker der Undertaker was soll ich euch zu dem Undertaker erzählen Storylines wisst ihr kennt ihr jeder von euch kann wahrscheinlich eine Fede von ihm nennen die richtig cool war und allein das schreit ja schon danach dass er eine Storyline Stärke von 1 bekommt der Undertaker hat also eine Storyline Stärke von 1 und das ja wie gesagt vollkommen zu Recht also was Storylines angeht ist er ja überhaupt nicht limitiert das einzige was ihn limitiert ist vielleicht dass seine sein grafisches Material teilweise ein bisschen länger zurückliegt und nicht mehr hochauflösend ist aber das ist tatsächlich das einzige was ihn einschränkt du kannst mit ihm das American Badass Gimmick machen das Ministry of Darkness Gimmick das aktuelle Gimmick mit Iroh oder mit Glatze such es dir aus also das ist vollkommen irrelevant bei ihm nur seine Spielstärke das ist das wo er ein bisschen wo er ein bisschen nachlässt und ich habe ihm eine Spielstärke von 3 gegeben was ein bisschen schlechter ist als von Daniel Bryan und Chris Jericho aber der Undertaker hat einfach Moves die die in Ordnung sind aber halt nicht die stärksten also wenn der Undertaker eine Schwachstelle hat dann ist es sein Ingame Potential und ja das ist eigentlich so das einzige ich wüsste nicht was ich euch noch erzählen soll der Undertaker ist der Undertaker macht mit ihm was ihr wollt er schränkt euch nicht ein Stables Tag Team Fäden oder einfach oder auch den GM platt machen macht was ihr wollt mitnehmen dieser Charakter bietet unzählige Möglichkeiten und wenn es eine Eins in dieser Liste gab dann ist es er auch wenn er vielleicht nicht die Spielstärke von ihm davor mitbringt ist er ein Charakter der durch seine Art und Weise so heraussticht dass er einfach auf die Eins muss keiner ist so stark wie der Taker und damit wisst ihr jetzt unseren Platz 1 und ich bin mal gespannt was ihr dazu sagt das war jetzt quasi die Top 10 Liste der verfügbar ein Erstwrestler und ich finde da sind schon echt coole Wrestler dabei also wenn ihr in die KionXD kommen wollt was ich euch natürlich nur empfehlen kann dann sucht euch einen Wrestler aus dieser Liste aus oder nehmt euren Favoriten der vielleicht gar nicht dabei war es gibt auch noch viele weitere Wrestler die unterm Radar sind und die keiner so wirklich auf dem Schirm hat die auch richtig cool sein können aber diese Top 10 jetzt hier die war schon am meisten aussagekräftig und das spricht glaube ich die meisten Leute an also für die meisten sollte hier ein oder zwei Wrestler dabei gewesen sein die cool sind und zu einem passen aber lass uns wissen wer hier vielleicht gefehlt hat ich meine das sind wirklich die coolsten Leute wie CM Punk wie gesagt Roman Reigns Dolph Ziggler John Morrison oder Edge oder weiß ich nicht sucht es euch aus Malika Black das sind auch sehr coole Wrestler aber die werdet ihr wahrscheinlich nie bekommen können oder vorerst nicht bekommen können weil diese eben schon seit Jahren möglicherweise vergeben sind und diese werden den Besitzer erstmal nicht wechseln es sei denn die geben den ab das heißt diese Liste hier das ist schon wirklich so das Beste was diese Liga noch zu bieten hat bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.